Der Mond ist immer schön. Ich kenne das Estadio Chile gut. In den Katakomben haben wir uns immer auf unsere Auftritte vorbereitet. Hier haben wir gescherzt und eine Spur zu laut gelacht. Wir kümmerten uns um unsere Instrumente mit einer Sorgfalt, als hielten wir Kinder in den Händen. Die zwölfseitige T-Play wurde gestimmt, die Flöten aus der Hochebene echoten durch die Gänge. Bis es dann nach draußen ging und alle Nervosität verflog. Die Liederfestivals dauerten bis spät in die Nacht. Es wurde getanzt und gesungen, am Ende tummelten sich alle Künstler auf der Bühne und spielten gemeinsam für eine unersättliche Menge. Der Mond ist immer schön. Hat mir die Frau mit dem weißen Haarkranz nach einem Auftritt im Estadio gesagt. Sie war alt, sehr verschwitzt und sie keuchte vor Glück. Deshalb sollte man immer so lange tanzen, bis er nicht mehr zu sehen ist. Das klang wie ein Befehl. Ich habe gelacht und ich habe mir in dieser Nacht vorgenommen, den Befehl der Alten stets zu befreuen. Jetzt liege ich auf dem Boden, durchnässt vom Urin der Soldaten, die über mir ihr Geschäft erledigen. Und jetzt erinnere ich mich an die Alte. Ich muss wieder lachen. Der Offizier tritt mir gegen den Brustkorb, ich krümme mich zusammen. Zwischen mir und dem blonden Kommandeur hat sich eine besondere Beziehung entwickelt. Denn auch den Prinzen, so nennen wir ihn, auch den Prinzen kenne ich bereits. Wir waren uns nach einer Protestveranstaltung begegnet. Über 100.000 Menschen standen auf der Avenida Boulnes und protestierten gegen ein Massaker in der Stadt Puertumont. Ich hatte auf einer wackeligen Bühne ein Lied gesungen, das an dieses Massaker erinnerte. Breitbeinig stand ich vor dem Mikrofon und brüllte mehr, als ich sang. Das Lied befeuerte den Zorn der Leute, sie brüllten zurück. Nach dem Auftritt war ich von der Bühne gegangen. Johan wollte mich an einer Straßenecke mit dem Wagen abholen. Da kamen sie auf mich zu. Gut gekleidete junge Männer mit Pomadenhaar, einer von ihnen besonders auffällig mit seinen blonden Locken. Das gab es hier nicht oft. Er trug einen Kamelhaarmantel, um die Taille war ein breiter Gürtel geschnürt. Du bist der Sänger, rief der Blonde, der große Victor Jara. Sie umkreisten mich. In allen Dingen schläft dein Lied, ha, oder wie sagt man? Selbst in den hässlichen Dingen, antwortete ich. Also gut, du kleine Nachtigall, reden wir nicht um den heißen Brei. Ich habe ein einmaliges Angebot für dich. Wie es scheint, hast du eine bestimmte Wirkung auf die Leute. Und an dieser Wirkung sind meine Vorgesetzten durchaus interessiert. Wir bieten dir an, für unsere Organisation zu singen. Es wird nicht zu deinem Schaden sein, wenn du verstehst, was ich meine. Solltest du jedoch ausschlagen, kann ich für nichts mehr garantieren. Denn du bist vielen ein Dorn im Auge. Auch mir, wenn du verstehst, was ich meine. Der Blonde im Kamelhaarmantel reichte mir die Hand und grinste wie jemand, der immer schon weiß, wie sich die Dinge entwickeln werden. Also wusste er, dass ich nicht die Hand heben würde, dass ich mich umdrehen würde, um zu gehen. Ein Auto bog um die Ecke. Ich stieß einen der Männer zur Seite und rannte los. Öffnete hektisch die Wagentür. Der 2CV fuhr quietschend los. Im Rückspiegel sah ich, der Blonde stand nur da, im Kreis seiner Leute und hörte nicht auf zu grinsen. Es war nicht klar, welche Rolle der Prinz bei diesem Putsch spielte. Im Stadion hatte er die Befehlsgewalt. Beinahe stündlich griff er zu einem Megafon und verkündete, worauf sich die Häftlinge einzustellen hatten. Eure Bewegung ist tot. Allende ist tot. Der Möchtegern-Präsident. Mause tot. Wacht nicht wieder auf. Und wer das nicht begreifen will, der ist auch bald tot. Jedes Mal, wenn er seiner rhetorischen Gewandtheit nicht zu trauen schien, griff der Prinz zur Pistole und schoss jemanden in die Brust. Das Satzzeichen am Ende seiner Reden. Mit mir lässt er sich mehr Zeit. Du wirst keine Gitarre mehr spielen, sagte er irgendwann und ließ mir beide Hände brechen. Der Blonde greift sich regelmäßig eine Peitsche und zieht sie mir über den ganzen Körper. Aber der Schmerz hört aufzuwachsen. Als würde mein Körper immer mehr zu einem fremden Gegenstand, den ich den Soldaten hinhalten kann, ohne noch eine natürliche Bindung zu ihm zu haben. Viel stärker schmerzt mich die Erinnerung. Ich wundere mich sehr darüber, doch die Erinnerung lässt mich nicht los. Sie ist wie ein zäher Straßenköter, der sich hinlegen darf, wo er will. Ich erinnere mich an die Demonstration nach dem Massaker von Puerto Montt, an die Versuchung der Pomaden-Jünglinge. Und jetzt, da ich die lederne Peitsche in der Luft suchen höre, kommt mir ein anderes Bild in den Sinn. Ich erinnere mich an den Huf des Teufels. Die Citroneta, der alte 2CV, hatte sie bereits durch das ganze Land gefahren. Victor, geschmückt mit seinem grünen Daffelcoat und der Schirmmütze, war auf der Suche nach den Liedern seines Volkes. Er wollte sie sammeln und er wollte die Gesichter der Menschen sammeln, die ihm begegneten. Seine Frau Johan steckte noch in britischer Kleidung, sie war ebenfalls auf der Suche. Sie suchte eine neue Heimat. Und es schien, als sei sie in Chile doch noch fündig geworden. Sie fuhren häufig nach Long Can. Hier hatte Victor einen Teil seiner Kindheit verbracht. Er hatte immer noch Freunde dort oder es waren neue Freunde, so genau konnte man das nie sagen. Einer dieser Freunde war ein alter Mann, der sein ganzes Leben damit verbracht hatte, Lassos aus Leder herzustellen. Die Lassos wurden an einen Nussbaum geknotet und geflochten. Der Alte hatte zärtliche Hände aus Stein. Es sagte ihm niemand, dass er mit dem Flechten aufhören und sich ausruhen solle. Deshalb würde er bis zu seinem Tode weitermachen. Warum arbeitest du immer noch so viel, hatte ihn Johan einmal gefragt. Das kann nur eine Europäerin fragen, dachte Victor. Hier fängt man als Kind mit der Arbeit an und es gibt wirklich niemanden, der einem sagt, dass man damit aufhören soll. Der Alte antwortete, das beste Mittel gegen die Versuchung ist nicht dir nachzugeben, meine Taube. Das beste Mittel ist, sich mit Arbeit abzulenken. Die immer gleichen Handgriffe jeden Tag. Das ist es. Kommt mit, ich will euch was zeigen. Der Mann stand auf, sie gingen an Zypressenbäumen und den großen Huayes vorbei, durchquerten ein verdörrtes Feld und rochen die harzigen Chilkas. Der Alte Mann schritt energisch voran, war tratig, schlank, das weiße Haar kurzgeschoren, ein stoppeliger Bart. Sie erklommen einen Hügel, der Alte wies auf einen mächtigen Stein, der eine seltsame, hufeisenförmige Einkerbung hatte, wie ein Siegel. Der Huf des Teufels, sagte er. Der Teufel war hier, das ist der Beweis. Es wäre törig zu glauben, dass er sich nur in fernen Ländern aufhält, in Ägypten vielleicht. Er kann überall sein. Und was passiert, wenn man nicht vorbereitet ist? Wenn er plötzlich vor einem steht, was passiert dann? Viktor und Johan mussten lachen. Das gefiel dem alten Mann nicht, der wirkte gekränkt. Sie entschuldigten sich und sagten, dass sie mittlerweile an andere Dämonen und an andere Heilige glaubten. An Dämonen und Heilige, die sie wirklich jeden Tag treffen könnten. Und auch sie gaben sich deshalb alle Mühe, darauf vorbereitet zu sein. Das besänftigte den Mann. Er führte sie wieder zurück. Sie nahmen vor seiner Baracke Platz und sahen ihm dabei zu, wie er ein neues Lasso anfertigte. Später im Auto sagte Johan, ich nenne ihn ab sofort Antonius, denn für mich ist er ein Heiliger, da gibt's keinen Zweifel. Ich weiß nicht, was das alles bedeutet, Johan, sagte Viktor. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das hier könnte ein Anfang sein. Nur für was, das kapiere ich noch nicht. Und wieder mussten sie lachen. Sie erreichten Santiago mit einem neuen Gesicht und einem neuen Lied in ihrer Sammlung. Und einem neuen, alten Stück Heimat. Sie waren zufrieden. Zwei Soldaten zerren meinen geschundenen Körper nach draußen. Die Kleidung ist zerrissen, ich bin beinahe nackt. Sie werfen mich wieder auf den Boden vor einer Gruppe von Häftlingen, die frierend auf den Stufen der Stadion-Tribüne sitzt. Der Prinz kommt hinzu. Er fuchtelt mit der Pistole. Die Häftlinge weichen zurück. Hier ist er, euer Sänger, sagt der Kommandeur. Eure kleine Nachtigall. Er schießt in die Luft, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen. Wollen doch mal sehen, ob wir aus ihm noch einen Ton herausbekommen werden. Mal sehen, was er uns jetzt noch für ein Lied vorsingen kann. Er lässt sich von seinem Soldaten ein Megafon geben und hält es mir vor den Mund. Na los, sing schon, sing, kleine Nachtigall. Der Prinz grinst wieder wie jemand, der immer schon weiß, wie sich die Dinge entwickeln werden. Er weiß, dass ich seit Stunden nichts mehr gesagt, dass ich keinen Ton mehr herausbekommen werde. Aber diesmal versuche ich, ihn zu enttäuschen. Ich öffne meinen vertrockneten Mund, bereitet mir alle Mühe, etwas Speichel zu sammeln. Aber dann bringe ich tatsächlich Laute heraus. Ich singe, kaum hörbar, den ersten Vers von Wir werden siegen. Das Lied unserer Bewegung. Mehr schaffe ich nicht. Aber die Menge stimmt sofort ein. Sofort nimmt der Prinz das Megafon von meinem Mund. Danach schießt er wieder in die Luft. Der Gesang verstummt augenblicklich. Der Offizier mit dem blonden Haar richtet jetzt die Waffe auf mich. Er drückt ab. Ich starre in den Himmel. Ist Nacht geworden. Der Mond ist immer schön, höre ich die Alte sagen. Und in allen Dingen schläft ein Lied. Selbst in den Hässlichen. Davon bin ich überzeugt.